einen wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play play mit praxis ja wir brauchen hebelkraft 2 ist die brücke hier oben irgendwo auch gefahren wo ist denn wussten wir mal gucken wo das hinführt neuromod neuromod brauchen wir noch einen neuromod glaube ich dann können wir hebelkraft 3 lernen ja noch eine neuromod wäre natürlich richtig geilen jetzt zwei gelegen hätten schade dauerstoffflasche ich schwören können wir hätten die schon gefunden gehabt es ist eigentlich neues ziel das war kein neues ziel muss ich jetzt etwa ohne ziel hin das ist ja krass also ohne zielangabe halt so wie früher oldschool was ist denn hier los so direkt noch mal nachlesen neuromod abteilung auf die einen pc schrank man hat sie da wohl versteckt zusammen mit einer flucht tasche neueromod abteilung wenn ich wo rät um eine lobby aus kommt man in die neuromod abteilung aber von der lobby muss ich ja dann erst da muss ich dann ja erst die ganzen monster besiegen oder ob ich würde schon gerne da rein scheiße ich bin da drei ich bin da drin ist jetzt aber eigentlich ist keine andere möglichkeit höchsten zeit von der ach nee quatsch wir müssen immer durch die lobby also jetzt die frage wollen wir als rein oder war nicht rein ich bin zu neugierig ich will unbedingt wissen was da drin ist verdammt datenzentrale aus kommen wir nicht hin ne die ist mit nichts anderem verbunden mach ich's mach ich's ich überlege gerade echt ob ich mach scheiße ich glaube ich mach's ich glaube wenn ich hier reinsprang ist sogar kürzer komm komm das müssen wir schaffen jetzt ja komm neueromod abteilung auf einem der pc tische oder schränke schränke nicht ich verdammt muss ja ein großer pc schrank sein also da muss ja hoch sein damit ich das nicht gesehen habe da ist heute finden das ist auch was wir am allergeilsten wenn ich es nicht finde müssen auf jeden fall irgendwie gucken dass wir da hinkommen ohne dass ich jetzt sehr viel kämpfen muss weil ich habe nicht mehr so viel schuss man kann ja auch weg rein poten ist ja nicht so dass die ein endlos verfolgen aber da muss ich mir dann wahrscheinlich erstmal also ich speichere jetzt meine ich vielleicht schon ja na ja genau so die kiste ist mir egal das muss ich ignorieren weil ich da runter gefahren bin wird mir nicht mehr angezeigt wo die ist es sei denn ich muss zur lebenserhaltung aber das ergibt ja überhaupt erkennt sind ja faktisch suchen fragen nach der geheime kiste in der sich gipfel verstecken sollte und wende mal ach das war in die mit der geheimen kiste das ist gar nicht dieser schatz damit gemeint damit müssen wir Lebenserhaltung in den Frachtraum. Scheißtausend, machen wir das mal. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wo die Lust herkommt, die ganzen Nebenquests zu machen, obwohl es eigentlich total in Anführungsstrichen langweilig ist. Vielleicht liegt es an diesen kleinen Story-Splittern, die man dann dadurch bekommt oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Das ist ganz komisch. Ich kann es richtig erklären. Lebenserhaltung. Von der Lebenserhaltung geht es dann in den Frachtraum rein. Ich finde es mittlerweile auch wieder total überflutet. Oh, das ist die scheiß Ladekacke hier. Ich finde es dann auch wieder mittlerweile total überflutet von irgendwelchen Monstern. Dann kommen wir jetzt überall her. In der Lebenserhaltung befinden sich die meisten wichtigen Systeme von Talos, der Talos 1, Energieversorgung, Luftversorgung und Wasseraufbereitung. Sollte eines dieser Systeme je versagen, wäre eine Katastrophe vorprogrammiert. Ich trinke auf jeden Fall jemand, aber wie gesagt, war es nicht schon mal eine Lebenserhaltung? Das ist nicht so, wenn ich schon mal gewesen wäre. Okay, krass, warum warten die noch nicht? Hä? Das wundert mich jetzt doch etwas, aber dann habe ich wenigstens noch was zu erforschen. Nicht an Weber weitergeben. 4950. So, da war auf jeden Fall ein Gegner da herumgelaufen. Ich habe nicht genau gesehen, was, aber da war einer. Wenn wir jetzt einmal hier sind, können wir uns auch alles angucken, oder? Also warum? Glucanone! Für den Finder. Vorrat in Halle bei Fluchtkapseln. Keine Zeit für eine Übergabe. Viel Glück. EV. Oh, Manu. Die Arme. Doppelgegner 1 verfügbar. Ja, cool. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Brauche ich nicht. Wer hat sich also im Klo eingeschlossen, wenn ich es richtig sehe? Why not? Und der Westen hält stand. Das hat man auch schon. Auf was hätte ich denn alles geschossen? Hier ist doch gar nichts. Satzteile, damit wir diese ganze Schrottbude hier mal nach Vordermann bringen können. Ja, aber super viele Ersatzteile. Tobias Frost, geile Nachname. Teak, kommen! Wir hatten Feindkontakt, aber der Feind, der ist... Sie hätten im Frachtraum Stellung halten sollen. Ich konnte nicht, Chief. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur vier von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Fünf. Ich sehe Rämmer hinter ihnen. Negativ. Rämmer ist nicht mehr Rämmer, Chief. Diese Dinger. Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rämmer. Rämmer ist hier. Teak! Weg! Teak! Erika, komm! Na ja, haben wir doch... Oh fuck, noch eins! Zwei auf einmal. Ich wollte gerade sagen, da haben wir halt noch ein bisschen Munition verbraucht. Jetzt haben wir doch relativ viel Munition verbraucht. Vierzehn Schuss, um genau zu sein. Aber was soll es? Was? Voll? Oh, okay. Wir konnten aber noch gut stapeln. Oh, jetzt immerhin drei Schuss. Nice. Also drei Schwurtflächen-Patronen. Und ein bisschen 9mm. Ich habe jetzt auch wieder 12. Naja. Ich werde einfach auch mit unserer Psi-Power hier wieder mehr aufgeführt. Weil das ist ja echt ein Vorteil. Dadurch brauchen wir jetzt erstmal... Ach, wir haben gar keinen Psi-Hypno mehr. Ich wollte gerade sagen, aber ich brauche jetzt erstmal keine Psi-Hypnos mehr. Aber wir haben auch gar keine mehr. Sehr, sehr geil. Ein Moment, hier ist wieder verstrahlt, wie es aussieht. Ach so, weil da wieder Schrott drin ist. Das machen da jetzt am besten. Einmal platzen lassen. Ich kann die nicht aus der Nähe platt machen. Ich kann da keine Rotzange einsetzen. Die muss ich leider aus der Distanz... Und seine Tod zerstören. Deswegen... Ich sehe nichts. Tragen kann ich es auch nicht. Da braucht Hebelkraft 3. Hier braucht Hebelkraft 2. Man kann drüber klettern, okay. Oder halt auch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Oh, da ist noch einer. Scheiße. Und ich bin... Eingesperrt. So. Haben wir es jetzt? Ah, ich glaube, wir können sogar einen medizinischen Operator holen. Da kann es heilen. Und nein, das war da dran. Eine Sprengfalle. Ich habe es nicht gesehen, aber ich bin auch schnell irgendwo weggegangen. Alles gut, alles safe. Danke, aber ein Recycler wäre mir echt lieber gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Normale Horizont 3. Besuche die Familie Grace. Brandy war aufgrund ihrer Paraplexie verstorben und das Connect-Turm ihrer Fähigkeit als Eishelferin liegt immer noch ungenutzt in Trans-Stars-Datenbank. Ihre Eltern wollten sich nicht dazu äußern, da die Interviews mit Brandy ihre Meinung nach zu mehr Schaden als zu passen ausschalten. Neuromod, Neuromod, Hebelkraft 2, Hebelkraft 2, Hebelkraft 2. Sehr geil. Können wir zum Beispiel nehmen, um hier durchzukommen, aber wir kommen auch so raus. Dann sparen wir das mal kurz. Hebelkraft 2, Hebelkraft 2. Aber ich setze dann die Neuromod natürlich erst wieder einen, wenn wir wieder oben sind bei Alex Yu, um nichts zu verschwenden. Hier muss doch irgendwo ein Gegner sein. Komm, verarschmüchtig. Ich weiß das noch. Ich kenne euch doch. Wenn wir jetzt hier nicht, Operator kommen natürlich nicht raus, das ist ein bisschen schade. Keine Ahnung, wo wir so richtig sind. Wo muss ich denn hin? Mehrere Ziele, ich denke, ich muss da hin. So, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Achso, ja, desinfizieren. Vielen Dank. Ich habe eh ein bisschen gestunken. Locker Room. Funkkleider Raum. Was ist das? Ach, ein korrumpierter Operator. Ich dachte, das habe ich gar nicht erkannt. Oh, mir liegt der einfach nur so da. Deiß. Wir haben nur noch 517 Schuss für das Ding hier. Wir hatten mal fast 1000. Also wenn man es dann doch ein bisschen aktiver gegen die Operator einstellt, was ja auch ziemlich schlau ist, dann schwindet Hebelkraft 2. Ah, ja, das können wir jetzt wegziehen. Dann nehmen wir doch jetzt mal die Neuromods. Sind sie wieder Techniker oder wir haben ziemlich viel von der Technik. Techniker und Wissenschaftler sind wir. Aber es gefällt mir eigentlich, muss ich zugeben. Wir sind Herkules, Hulk, Superman, Batman, alles was Kraft hat. Geil, weil die mir erzählen ist, dass hier sonst nichts drin war. Weil die mich komplett wieder... Oder was? Sieht so aus. Wo kommen wir jetzt hin? Ich tappe komplett im Dunkeln hier unten. Aber ich verstehe auch nicht, dass es hier noch keine Mission gab. Mission! Wo sind wir denn jetzt? Ach, da ist noch mehr Action. Aber ich glaube, wir kommen einfach nur irgendwo hin, wo wir halt eh schon waren. Also, wir kommen hier nicht weiter. Hallo? Scheiße, Mann. Mann, ich kann mir das eigentlich nicht leisten, so viele Phantome da. Scheiße. Sehr geil. Ich glaube, er hat uns gerade gesehen. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Ja, ja, elf Schuss. Zehn Schuss noch. Psi-Hypno. Psi-Hypno. Wir können es... Ah, Ski haben keinen Platz mehr. Ach so, ich glaube, weil wir... Das ist hochkant. Ich glaube, da darf ich nicht reinspringen. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich bin so komplett... Ne? Wisst ihr auch. Frachtraum, da müssen wir dann hin. Ja, wir sind ja auf der richtigen Seite. Erstmal lass ich erkunden, bevor wir dann zum Frachtraum gehen. Oh, noch so scheiß Dispenser. Was blitzt denn da so? Mal einen ständigen Operator. Ne, oder was ist das? Noch einer? Alter. Wie viel Schuss haben wir jetzt noch? Sechs. Nein, es wird immer geiler. So, wo ist denn der jetzt hin? Der Operator. Ach, da. Naja. Guck mal her. Bleib mal hier. Aber er läuft doch nicht immer noch das Feuer, Mann. Ich will nicht alles einspringen müssen. Okay. Na ja, ja, ja. Vor allem, ich kläre jetzt hier das ganze Gegend. Und wenn ich dann doch mal irgendwann wieder her muss, weil vielleicht irgendeine Mission hier ist. Dann wird mir gedacht, in dem wieder alles volle und was sollte mit dem scheiß Mimix. Was ist denn hier? Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich habe echt, ich habe auch keinen Überblick mehr. Nee, irgendwo anders jetzt. Recycler wäre geil, Produktions-irgendwas-Maschine wäre geil. Ich bin mal so nebenbei und jetzt mal so, 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 so. Ja, schon wieder. Um mal zu erwähnen, was ich cool finden würde. Ich soll mal aufhören mit dem Operator nicht, dass jetzt auch noch die Munition von dem Ding hier knapp wird. 367, fuck! Langsam wird es hier ein bisschen heavy, heavy. Ja, ich will nicht nur den ganzen Schrott finden. Ich will auch endlich was haben, um den Schrott zu recyceln. Was sind wir denn jetzt wieder? Mei, 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 wir gehen mal hier lang. Ich kann, dann kommen wir wieder dahin, wo wir gestartet haben, wo wir gestartet sind. Na ja, jetzt muss ich ja neuerdings auch anfangen, hier auf die blöden Schränke zu gucken, weil da liegt da anscheinend Zeug rum. Ja, hier waren wir schon. Okay, alles klar, wo war ich hier noch irgendwo nicht, hier in der Mitte war es noch nicht. Wir konnten irgendwo eine Treppe hoch. Da. Das ist eine Leiche gewesen. Ist das die Mitte? Nee, ist die nächste Ebene. Hä? Hecken 4, es hat sich gelohnt. Nice. Oh, da war eine gute Pace drauf hier. Hm, noch über 11 Sekunden. Okay, bevor wir jetzt da reingehen und den Typ platt machen, speichern wir nochmal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, jetzt bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.